Kommt der jetzt runter? Ne, da will ich jetzt nicht lang. Gucken, was hier noch so ist. Was ist da los? Nur Morellatops. Ohne Ende. Aber es ist auch irgendwie jedes Mal so, ne? Entweder sucht man garstige Tiere und es sind keine da. Oder man sucht halt irgendwie die freundlichen und wird nur umgeklatscht. Es ist jedes Mal das Gleiche. Immer die gleichen Spielchen. Immer die gleichen Spielchen. So, komm mal her, Freund. Komm doch mal runter. Hallo. Mal schön mit Schiff bleiben. Sehr schön. Wo ist er denn gerade? Hm? Ach so, das war... Ah ja. Huch, warte, Wolf. Was bist du denn, Wolf? Du machst auf jeden Fall Schaden. Aber... So, war wohl. Ach so, Moment. Muss er den Raptor nehmen. Ach komm her, Level 44? Ja, der hat aber guten Nahkampfschaden. So, zwei Primate habe ich hier raus. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, dass er einfach, dass er auch so lohnt. Ja. Das Problem ist jetzt gerade nichts zu sehen. Kein Geier, kein Kano und kein... Was auch immer. Kein gar nichts. Ja, ich finde jetzt noch mal gut... Und die sieht auch schön aus, hier mit blauen Flügel, die Motte. Ja, ich habe vorhin auch eine mit blauen gesehen. Vielleicht sind wir an der gleichen Stelle gewesen. Ja, ich gehe jetzt hier noch mal lang. Du warst zwar bei den Wölfen, aber ich gehe noch ein bisschen weiter. Was ist denn hier oben? Ein Rucksack. Was ist denn da drin? Sechs Pfeile. Alter, man, die Fischern. Aua. Da sind garstige Viecher die mit ihrem Pärchenbonus. Ja, die tun schon weh. Freude. Darf man nicht unterschätzen. Auch nur Seewitzahntiger. Terrorvögel. Das ganze garstige Getier auf einem Haufen. Skorpione. Legen wir uns eigentlich irgendwann Skorpion zu? Ja, ja. Das war ja der Plan. Damit wir einfach ein bisschen Kippel rankriegen für einen T-Rex oder sowas. Irgendwann mal. Ach, jetzt kommt ihr hier alle, oder was? Oh, ernsthaft? Ich muss ja weg. Ich glaube, so ein T-Rex wäre gar nicht so verkehrt. Ja. Also zwei Terrorvögel und zwei Skorpione. Nicht, wenn ich allein bin. Da habe ich Angst vor. Ja, das war gut so. Ich vertraue Adrian, aber es gibt Dinge. Ey, jetzt hängen die ernsthaft drei Terrorvögel. So, wo sind denn die ganzen Ag... Och nö, och nö, och nö. Was denn? Och nö. Ich habe es gesehen. Gerade auf Marios Bildschirm geschaut. Terrorvögel? Ne, das ist ein Wolf. Den nehme ich mit. Der will 16, das kriege ich hin. Warum sind gleich so viele von denen? Sag mal. Ich weiß auch noch nicht. Och, die kommen immer noch, die blöden Terrorvögel. Ernsthaft? Einfach nicht anhalten und einfach weiter rennen. Ich renne ja weiter. Ich hatte halt nur gehofft, dass ich hier noch irgendwas finde. Ich laufe mal in die andere Richtung. Dann bringe ich das Fleisch aus dem Rückfall, wie gesagt, bevor das vergammelt. Und hier ist aktuell gerade auch nichts zu sehen. Was noch Prime Meat geben würde, ohne dass ich von den Geiern, von den Aasgeiern zerfleischt werde. Hier versteckt sich auch keine Schlange. Ne, ne. Da habe ich aber auch nicht geguckt. Ja. Ja, ich bin ja auch noch ein bisschen weitergelaufen, aber... Konnte knicken. Aber ich biege jetzt einfach mal nach links um. Gucken, was dann da los ist. Möglicherweise haben wir da ja ein bisschen mehr Glück. Hast du jetzt irgendwas gefunden? Gar nichts. Gar nichts. Nein, ich habe gar kein einziges Tier gefunden, was Prime gibt. Ja, ist ein bisschen knapp. Naja, ansonsten ist es halt mal kurz normales Fleisch. Ist ja auch nicht das Problem. Ne, kurz Ausdauerrecken. Wobei dann in die andere Richtung tatsächlich auch Tier X und sowas sind. Ja, deswegen... Wenn es ein kleiner ist, dann kriege ich den auch glatt. Sagst du. Schaffe ich. Adrian, wir schaffen das. Ein Krümelchen ist auch ganz zuversichtlich. Ja, Krümelchen macht dann einen Kill. Ein Krümelchen ist nämlich total im Rage Mode hier. Im Rage Mode, Krümelchen. Ja. Krümelchen ist ein Killer. Echter Killer. So, Level Up für mich. Für mich. Man sagt, ich hätte sie hier vorne. 47 Grad. Das ist ja sehr geschmeidig. Übrigens, danke für die Information mit den Angaben. 20% W, also Windkraft. Mit der Windkraft, genau. Das ist schon mal gut zu wissen. Siehste, können wir mal gucken, ob wir da hinten irgendwie in den Bergen mehr Windkraft haben. Ja. Was werden wir dann sehen? So, hier ist nun ein Kilo. Para. Mensch, das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Oh, ein Paratierchen. Ein Paracetamultier. Und ein Thorny Dragon. Nehmen wir erstmal den Thorny. Level 48. Komm her, du kannst doch nichts. Sechs Minuten. Ah, sieht gut aus. Ja, und vielleicht ein bisschen Narkolexerung nachwerfen. Ich will mich im Box ihn. So. Sehr schön. Jetzt läuft dieses blöde Paracetamultierchen einfach weiter. Aua. Das heißt natürlich, wir brauchen auf jeden Fall dann noch einen männlichen Wolf. Huch. Och nee, ey. Warte mal, die sind beschäftigt. Der Säbelzahn und zwei Terrorvögel mit Morellatops. Oh, jetzt nicht mehr. Ich misch mich mal kurz ein. Den Säbelzahn mach ich kaputt. Ich Terrorvögel ich mich auch kaputt. Kommt her. Kommt her. Mann, ihr sollt sterben. Nicht ich. Oh, es sind drei mittlerweile. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das finde ich nicht gut. Ja, siehst du an, hier habe ich eine große Klappe und dann Oh ja, das schaffe ich. Mach ich. Ja, Mann ey, weißt du? Da waren Paratier. Wo bist du denn gerade? Rechts quasi. Wenn du aus unserer Base kommst und dann halt Richtung, also diesen Weg langläufst, Richtung Wölfe und Schlangen und so, dann bin ich da aber vorher rechts umgezogen. Ja, ich weiß schon. Das ist mir schon klar, aber danach? Warum geht es dann weiter? Einfach nur da geradeaus weiter. Gar nicht jetzt umgezogen. Och komm. So, sehr schön. Mann, Mann, Mann ey. Erstmal hier wieder Fleisch reindrücken. Level, was hast du denn für ein Level? Level 16. So, gucken, ob das Paratierchen noch da ist. Was habe ich denn hier schon wieder alles eingesammelt eigentlich, ey? Das ist ein Scheiß mitgenommen hier. So, äh, ja und jetzt? Also ich stehe jetzt auf der großen und freien Fläche und jetzt? Äh, Richtung Obelisk. Paar, noch da? Nee, ich glaube, die haben den gegessen. Scheiße. Schweinebande! Oder es ist weggerannt. Kann ja auch sein. Oder es tat sie als Stein. Wahrscheinlich. So, einmal hier hoch. Ähm, da hinten kämpft irgendwer. Ja, das bist aber nicht du, glaube ich. Äh, nee. Ja. Warte. Keine Ahnung, wo du hier bist. Wir sehen uns gleich. Warte mal, das ist ja der... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Du kommst von dort. Bist du jetzt immer noch auf dieser großen weißen... Du bist jetzt auf der Fläche Richtung Obelisk, ne? Ja, ich bin schon ein Stück weiter in Richtung Obelisk gerannt. Okay, naja. Das ist ja der... der... Weiße. Genau. Dann laufe ich dann... Ich laufe dir nochmal entgegen. Ich bin eigentlich in deiner Nähe. Ja, aber das Problem ist, hier ist nix. Also von daher, warum? Ja, das Ding ist wahrscheinlich tot jetzt. Das ist ja das Problem. Also ich bin jetzt auch dort, wo die Kakteen sind. Da warst du ja auch gerade, ne? Ja. Bei dem Skelett. Äh, Skelett? Na, liegt halt wieder so ein Rippenbogen. Ach, hier, ja. Alles klar. Aber ich sehe dich nicht. Siehst du mich? Hinter dir. Ah, ja, okay. Ja, wo war das Paratierchen? Ähm, wenn du mir folgst. Du hast gesagt, in Richtung Obelisk geht. Es geht überhaupt nicht in Richtung Obelisk. Ja, ich bin dann irgendwie anscheinend doch noch umgebogen. Ja, toll. Ey, deine Richtungsangaben sind für den Eimer. Ja, ja, ja. Ja. Äh, Peilsender und gut ist. Ja, renne doch mal in Richtung Obelisk. Ja, guck mal, hier war... Da ist es doch. Wo denn? Wie, es ist noch da? Oh! Hallo? Kumpel! Vielleicht ist es auch ein anderes und ist es gar nicht mehr das Gleiche. Level 40. Na? Ich glaube, wenn das jetzt hier noch ein bisschen Prime Meat bei hat, dann reicht es eigentlich. Wenn es nicht abhauen wollen würde. Immer rauf da. Sehr gut. Ja, fünf, sieben, neun. Neun Stück. Ich hab zwei. Reicht, können wir zurück. Haben wir elf. Oh, ich muss kurz Ausdauer tanken. Die gute Ausdauer. Schon mal auf dem Rückweg? Also, das müsste auf jeden Fall reichen, denn der Wolf hatte, glaube ich, schon, wenn ich das richtig gesehen habe, über 60 Prozent oder sowas. Oder 60 Prozent grob gesehen. Also, viel braucht er nicht mehr. Ja. Und wenn das bis jetzt noch drin ist, dann reicht es auf jeden Fall. Jo, jo, jo. So ein schöner Spazierausflug hier. Oh, ja. Dann können wir uns schon langsam uns vorbereiten auf den Umzug. Das heißt, irgendwie die Spark-Blockets bauen, ein paar Mauern und so ein Kram. Also, wir werden dann die Außenmauern aus Stein bauen, glaube ich. Und unsere Hütten drinne dann aus Lehm. Ansonsten ist das ja quasi ein Steinofen. Damit wir da nicht verglühen. Ja, das ist wirklich krass, dass das Ganze irgendwie zu einem Backofen mutiert. Hey, Wölfchen. Gucken. Ja, neun Minuten. Die anderen Dings hier drin. Läuft, ne? Reicht auf jeden Fall. Ich packe mal hier noch das aus Adrian raus. Was weg ist, ist weg. So, Adrian. Da können wir auf jeden Fall auch gleich mal noch ein bisschen Fleisch durchgrillen, denn ich glaube, wir haben so gut wie nichts mehr zu essen. Ja, ich habe vorhin ein bisschen was reingeworfen, aber es war nicht viel. 20 Stück oder so, aber, ja, siehste, ich nehme das mal mit. Adrian kommt. Ja, acht Minuten noch hier. Das müsste reichen. Schön im Spike-Hang geblieben. Aua. Das ist quasi wie in echt, da laufe ich gegen Türrahmen. Hier bleibe ich im Spike-Hang, in echt laufe ich gegen Türrahmen. Alles das Gleiche. So, Rainer. Wir brauchen den größeren Grill. Was lohnt sich nicht mehr hier? Ne, den Industrie-Grill brauchen wir hier nicht mehr anwerfen. dass es oder hinbauen ist. Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Was wollte ich bauen? Achso, Spike-Blockades wollte ich bauen. Ich kann auch noch ein paar bauen. Das macht ja auch nichts, wenn ich die auch lerne. Spike-Blockades. Neh mal lieber die wichtigen Sachen. Ist doch wichtig. Das ist mit der Rüstung und so. Und Waffen. Die Long-Neck-Rifle kannst du auch schon bauen. Stimmt. Ich gucke mal kurz. Oh, quietscht nicht schon wieder, oder? Nee, nee. Mir hat ja gerade einer gequakt. Ja, aber das machen die auch manchmal einfach nur so. Solange es nicht alle machen. Hm. Also, das kann ich. Simple Pistol. Wo ist denn die Long-Neck? Kommt bestimmt gleich. Shotgun. Such doch einfach nach Long-Neck. Ja. Machen wir mal so. Da ist sie. Und natürlich die Flergern vorher. Na klar. Hupsala, verschrieben. Warum? Ach, ganz hau. Bist du denn das wahnsinnig fette Beute? Was denn? Warum? Du kannst dir kein Holz verfeuern, sag mal. Klar. Nein. Weil ich brauche Charcoal für die Farbe. Nein, es gibt keine... Hallo, Farbe? Bist du irre? Ja, was denn? Nein. Farbe gibt es jetzt nicht. Farbe ist ausverkauft für dich. Hallo, wir haben jetzt erst Rot und Grün. Ja, das reicht jetzt. Nein. Wir brauchen das Holz. Wir haben nichts an Holz. Ja, auf einmal. Vorhin hast du gesagt. 37 Holz ist alles, was wir haben. Kannst du nicht noch verfeuern. Kann ich. Nein. So. Wo kommen wir denn da hin? Flackboots, Handschuhe, der Helm. Ja, wirklich nur noch 37 Holz, glaube ich. Ja, dann müssen wir halt gleich nochmal ein bisschen was kloppen gehen. Jo, auf jeden Fall. Jo. Aber Wölfchen muss noch fertig werden. Ja, natürlich, natürlich. Ähm. Moment. Dann kann ich hier gleich den Kram schon sagen. Oh, das muss er noch einmal fressen, glaube ich. Und dann ist es durch. Dann will ich mit gucken. Juhu. Also hoffe ich jedenfalls, dass es passt. Hey, Wölfchen. Ja, das könnte wirklich passen. Plus 54 Level, na, ist doch ganz geil. Kann ich mir ja noch ein bisschen Zeug abbauen. Ein bisschen Flint sammeln. Denn Flint brauchen wir auf jeden Fall auch noch einiges. Haben wir nicht genug? Na, für Spark Powder bauen wir noch richtig viel. Und endlich Sand, weil wir ja noch keinen Sand haben. Ankühlung müssen wir uns auf jeden Fall auch noch schnappen. Für Flint, denn da, ne? Für Flint. Und Metall. Metall und Obsidian und überhaupt, dann hast du nicht gesagt. Ja, Obsidian, ich hätte wirklich gerne das Glas gebaut, aber ich habe nicht mal die beiden anderen Obsidian-Stücke gefunden. Boah, mein, die sind schon schnell, ey. Dann müssen wir einfach mit dem Geier mal hinfliegen. Ja. Lassen wir die 10-Box eigentlich stehen? Mh. Schadet jetzt ja eigentlich nicht. Wer weiß, was wir noch finden. Wir können sie erst mal da lassen, wobei ich sie vielleicht dann perspektivisch einfach in die andere Base bauen würde. Ja, perspektivisch, ja. Aber wir sind ja noch nicht umgezogen. Wir müssen ja erst mal einen Außenposten bauen, da und dann überhaupt. Wir müssen ja erst mal so grob ein bisschen die Anlage sichern. Ja, eben. Denn da rennen wirklich viele garstige Viecher rum. Ja. La, la, la. So, Wölfchen, komm. Wir müssen sie eigentlich gleich fressen, theoretisch. Ja, ich hoffe doch. Und ein bisschen was raushauen. Synchron-Clop, obwohl ich es nicht ganz synchron. Aber jetzt. Naja, fast. Naja, das versetzt sich trotzdem noch, oder? Ne, stimmt, jetzt passt es aber. Dimm, 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 dimm. Jetzt aber nicht mehr. Folge dem Beat. Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht warum. Vielleicht erwischt man dann einfach eine Stelle am Stein, die auf einmal höher erreichbar ist oder so. Man weiß es nicht. So. Wölfchen müsste auf jeden Fall gleich futtern. Und dann ist es durch. So. Noch ein bisschen was raushauen hier. Oh, da ist er fertig. Hallo. Vor allem der Wolf sieht auf diesem Bild total anders aus. Ich habe ja wieder den Kodex-Eintrag bekommen. Denn ich habe ja Ark neu installiert. Ist auch blöd, dass da halt immer die Sachen neu eingetragen werden. Ja. So. Freya. Komm, Freya, darfst du ein bisschen Fleisch behalten. Ein bisschen Salz. Hey, Freya. Kannst du jetzt rüberhüpfen. Ja, ich will, aber es geht nicht. Ne, dann mach mal eine Wand hier vorne weg. Ich komme nicht rüber. Das ist einfach, die ist noch so ein bisschen müde, die Kleine. Oh, endlich ein Wolf. Oh, geil. Wie schnell. Und vor allen Dingen auch so stark und alles. Das ist schon eine coole Sache. Ja, aber die brauchen noch einen Freund. Ja, natürlich. Odin? Oder wen wollen wir nehmen? Äh, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Entscheiden wir da ganz spontan. Wäre ganz anders. Man weiß es ja nicht. Sollen wir mal abstellen hier. Ne, wir gucken erstmal, wie er aussieht. Jawohl, vielleicht da... Huh, folgt sie mir oder was? Ne, mir. Hier. Was ist hier eigentlich los mit dem Fleisch? Bisschen was ist fertig. Bisschen was kommt rein. Wir haben noch gar keinen richtigen Schrank für Glucrins, ey. Äh, ich habe aber schon das Bücherregal gelernt. Aber wir haben halt kein Holz. Aber wir brauchen sie jetzt auch nicht hinsetzen. Ne, wir haben auch eh nicht genug Holz. Das ist das Problem an der ganzen Seite. Ne, ich packe das einfach mal hier hin. 39 Holz. Willst du die haben oder kann ich jetzt die Spikes bauen? Ich habe die auch gelernt. Achso, nein. Ich habe die gelernt. Ja, die bauen wir nicht aus Holz. Hallo? Ach, die Metallspikes. Also, was sollen wir denn mit so einem Holzmüll? Na, ich weiß nicht. Das ist biologisch abbaubar. Du bist auch biologisch abbaubar. Das ist tatsächlich wahr, wenn ich dir das mal sagen darf. Wenn ich die Viecher zerlegt habe, weil die Spikes nicht gehalten haben. So, Metal. Spike Wall. Aus Holz. Also bitte. Ne, das brauchst du nicht lernen. Ne, ich habe dir aber schon gelernt. Ja, aber das ist total unnütz. Du sollst die Waffen lernen. Na, die habe ich doch jetzt auch hier. Longneck und so. Und Rüstung und überhaupt. Warte mal. Was machen überhaupt die Blumenbeeter? Hast du die gelernt? Nein. Boah. Warte mal. So, Longneck. Was brauche ich denn hier noch? Wood und Metal. Immer fehlt Holz. Und Metall. 95. Ja, du sollst jetzt nicht bauen, du sollst erst mal lernen, weil Metall haben wir nicht so viel. Jetzt habe ich es hier wieder. So. Ja, was willst du jetzt? Du sollst erst mal nur die Sachen lernen, du sollst nicht bauen. Ja, gelernt habe ich so. Alles cool. Alles super. Boah, ich hau mal ein bisschen Fleisch hier in den Trog, weil da ist alles weg, glaube ich. Schade, dass man in den Trog nicht irgendwie hier noch was reinbauen kann an Salz, weil das vergammelt so schnell, dass es war hier drin. Der Dödi hat noch Holz. Ja, aber nicht viel. Na, aber ich bringe das mal rein. Also, ich habe jetzt auch schon ein bisschen was rausgenommen. Oder, oder, warte mal, willst du es direkt haben und verbauen? Nee, ich will es nicht verbauen gerade. Dann packe ich es in die Schmidli. Bisschen was ist das aber. Also, von daher. Ja, aber wenn wir Außenmauern aus Steinen bauen, dann ist das überhaupt gar nichts. Das ist null. Na, dann jente. Nixe. Nixe. Weil, irgendwann muss das ja mal verbrennen, das Holz. Was? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, wenn man auf die Idee kommen kann hier, wo man aller 500 Meter mal einen Baumstamm findet, wo man einen Baum findet, der zwei Holz gibt, wie man da Holz verbrennen kann. Das ist da einfach viel zu kritisch. So. Wir leben hier nicht im Redwood-Biom, wo der Holz ohne Ende kriegt. Das ist wahr. Also, von daher. Aber es gibt ja auch Gebiete, da gibt es dann halt tote Bäume. Die geben auch gut Holz. Nee, die geben nicht gut Holz. Das ist das Problem mit der ganzen Sache. Ich dachte, die geben auch ganz brauchbar Holz. Nee. Die geben Holz ja, aber brauchbar ist relativ, ne? Was anderes, ja. So, hier, also ein bisschen Holz ist auch noch im Schrank. So, ist hier eigentlich noch Metall? Wir brauchen auf jeden Fall Metall ohne Ende. Ja. Wir haben gerade mal zehn Spikes, das ist nicht viel. Mhm. Ich überlege gerade, was ich noch bauen kann. Weil ich meine, es bringt jetzt ja noch nichts, die Flak weiterzubauen. Wir haben kein Metall dafür. Wie wäre es noch, wenn du einfach Metall holen gehst? Kann ich machen. Moment. Hier ist ja gleich im Wasser irgendwie ein bisschen was. Naja, das ist aber abgebaut. Du musst aber so ein bisschen drumherum gucken. Und weiter hier nach vorne in die andere Richtung. Also nach rechts quasi ist auch noch Metall ohne Ende. Na gut, dann geh ich da mal hin. Nur fliegen ist schöner. Ich geh mal ein bisschen Holz sammeln. Mach mal. So. Nee. Ihr lieben Metallsteine, zeigt euch. Ich will euch nichts tun. Nur abbauen. Weil man springt dann so ein Metall-Golem da raus. Pass auf. Es ist auf jeden Fall geplant, also nicht die Metall-Golems, aber es ist auf jeden Fall noch geplant, dass noch mehr mystische Kreaturen implementiert werden. Und ich denke mal, da wird es noch die eine oder andere geile Überraschung geben. Ja, ich bin echt gespannt. Also hoffe ich zumindest. Ja, hoffe ich auch. Die Golems sind echt cool. Mal gucken, wann wir den ersten Mantikor treffen. Den muss man beschwören, ne? Den Mantikor, den triffst du nicht immer so. Das ist ein Boss. Den muss man beschwören. Den muss man beschwören. Dann müssen wir mal die Höhlen irgendwie unsicher machen. Dann gibt es eine Boss-Arena und dann brauchen wir erstmal alle Artefakte. Die kriegen wir hin. Und die Artefakte gibt es halt in den gassigen Höhlen und dann kannst du halt keine Tiere mehr. Das heißt, wir müssen uns irgendwie, gegen die ganzen Tausendfüßler und Mantis und was auch immer da drauf braucht, durchsetzen. Meinst du, das kriegen wir nicht hin? Na, zu zweit. Es wird auf jeden Fall schwer, das kann ich schon mal sagen. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja, sowieso. Wir finden da eine Lösung. So, da ist noch Metall. Ich kann nicht mehr so viel tragen. Aber das Gute ist, es gibt dort ja auch Loot-Crates in den Höhlen und die sind teilweise rot und dann kriegst du richtig gutes Zeug raus. Okay. Tja, immer her damit, würde ich sagen. Ach, das waren zwei Steine. Ah. Ja, es gibt welche, die stacken ineinander. Ja, das sah aus wie ein Großer. Aber es ist nur einer. So, dann schmeißen wir aber trotzdem ein paar Steine weg, weil ich kann ja nicht mehr so viel tragen hier. Da hast du teilweise irgendwie so drei Metallbrocken, die gestreckt sind, auf den Haufen. So. Dann bringe ich das erstmal zurück, was ich habe, bevor ich hier umgelatzt werde. Dann schmeiße ich das schon mal in die Forge. Jo, jo. Hallo, Prokop, du Hüt. So, kurz ein bisschen Aussauere generieren. Nicht, dass ich hier irgendwie... Na, ein bisschen Holz habe ich hier so. Fast 400. Ach, da komme ich gar nicht rüber, oder? Nein, nicht, wenn du vollgeladen bist. Na, ich kann auch springen, aber... Gucken. Ah, die Stelle gefunden. Ganz frech hochgemogelt. Aber ich kann ja nicht hochspringen, schön. Ja, du bist halt zu voll, ne? Dann ist noch der Rest von gestern. Oh, jetzt hat hier wieder jemand gequakt. Mädels, Jungs, was ist los? Ja, aber die quaken die ganze Zeit schon immer mal wieder. Aber das ist halt nur so einzeln kurz... Ne, dann ist ja auch nichts Schlimmes. Aber man muss ja mal abwarten, das geht ja auch so los. Und vergiss nicht, die Türen zuzumachen. Da kommt ja gleich irgendwas rein und dann ist Party. Party-Stimmung. Na, los, jetzt Tür zu. Könnte man eigentlich anmalen. Das wäre Verschwendung von Farbe, denn... Wir wollen umziehen. Ja, ich weiß, aber, ne? Ich meine, jetzt habe ich halt Farbe hier. Und der Pinsel ist auch noch. Ne, also, ich meine, schadet doch nicht. Du musst nicht alles vollschmieren, ey. Weißt du, dann reißt du dir den Mist ab und dann hast du dir so hässliche rote Farbenbrocken in der Tasche. Ey, doch, nein, nicht so. Oh, friert schon ein Level ab. Sehr schön. Du hast schon gute Lebenspunkte, die Kleine. Ja. Die kann das nämlich. Mal gucken. Was es hier so gibt an Farbe. Sollten auf jeden Fall zusehen, dass er auch irgendwie so, weiß nicht, so um die 4000 Lebenspunkte hat. Ja. Naja, dann gehen wir mit ihr. Dadurch, dass sie keinen Sattel tragen können, die Wölfe, brauchen die halt mehr Lebenspunkte. Ja. Das sieht ja jetzt nicht so schlimm aus. Aber es sieht auch nicht so wunderschön aus. Wie sieht das denn aus, ey? Was denn? Sag mal, als wenn du dir abgerutscht bist. Was hast du denn hier gemalt? Ich weiß nicht. Was ist denn das für eine Rotze? Also, kannst du nicht mal vernünftig die Balken... Das sieht genauso scheiße aus. Besser? Was ist denn das hier in der Mitte? Das da drin kann ich nicht anmalen. Das sieht so aus, das ist, weil du das scheiße gebaut hast. Ja, und guck dir doch mal oben, was hast du denn für ein Mist gemalt, sag mal. Die Dinger werden nicht angemalt, vergiss es, ey. Das sieht aus wie Scheiße. Nee, Scheiße ist nicht grün. Doch. Im Regelfall. Schon mal Kufla angesehen? Weiß ja nicht, was du dir in deiner Freizeit anguckst. Das sieht total behindert aus, ey. Ja, das sieht nicht schön aus. Das ist richtig, da stimme ich zu, weil das einfach so abgeschmiert hier aussieht. Andi, kann ich mal vernünftig eine Mauer anmalen? Weißt du was? Ich kann dich anmalen. Ich hau dich. Nein. Geh weg. Nimm das Beil aus der Hand. Geh weg, ich hau dich. Dann tu ich dir auch nichts. Ich hau dich. Ey. Nein, 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 nein. So fangen wir hier gar nicht an. Das sieht total scheiße aus. Mach den Mist wieder weg. Ich habe aber keine Seife. Ja. Da oben ist ein Airdrop. Ein blauer. Den hole ich mir jetzt. Ja, mach mal. Mit noch einem Berg da oben. Wahrscheinlich ist alles garstig da oben. Mal gucken. Da bin ich mal gespannt, ob oben die Luftverhältnisse, also die Windverhältnisse besser sind. Also wenn man da irgendwie, weiß nicht, 100 Prozent hat, das ist ja mitten oben drauf. Das sieht ja bestimmt öfter schon mal. Das sieht irgendwie ein bisschen besenkt aus hier. Das sieht aus, als wenn du es angemalt hast. Da vorne kommt ein gelber Airdrop-Brunner, aber der allerdings in einem Gebiet, das ziemlich garstig ist, bei den schwarzen Bergen. Okay, das konnte man eigentlich gar nicht anmalen. Naja. Hallo Airdrops. Der gute Airdrops. Bin ja gespannt, ob du da noch was Spannendes drin hast. Ein Bumerang-Rezept und ein Brunnen-Rezept. Für den Brunnen-Rezept. So, dann packe ich die Farbe wieder raus. Hier oben ist es auch nur 65 Prozent. Das ist das denn für ein Elend. Hier mitten oben auf dem Berg ist... Ich weiß nicht, gibt es denn überhaupt Gebiete, die 100 Prozent haben? Ja, mehr als 65, glaube ich. Guck mal, der Dödi hier oben ist auch völlig gechillt. Naja. Ich frage mich zwar, wie der hier hochgekommen ist und was der hier oben macht. Das wird er dir nicht verraten. Zusammen mit dem Lystro. Die haben, weißt du, das ist wie Hase und Igel. Die haben Wettlauf. Wer zuerst da ist. Ja, aber die sind beide gleichzeitig da. Jetzt kommen sie aber nicht mehr runter. Ja, aber die kommen jetzt nicht mehr runter. Das ist das Problem. Das ist für eine Logik. Das ist, die hatten Wettlauf und haben nicht geguckt, wo sie dann gelaufen sind. Was denn? Nein, das ist, das ist total logisch. Ich hole jetzt mit Molly hier noch so ein paar Narco-Berries. Nö, Molly? Der Parade ist ja auch völlig gechillt hier oben mit noch einem Berg. Ja, läuft, würde ich sagen. Ach, die guten Narco-Berries. So, dann komme ich mal zurück. Mach mal. Ja, der sieht hier wirklich ein bisschen trostlos aus. Ich meine, wir haben zwar Wasser in der Nähe, das ist schön, aber, weiß ich nicht. Da müssen wir dann halt mal eine Weltreise machen, wenn wir Planschen gehen wollen. Ja. So einfach ist das. Da ist halt nicht jeden Tag Badetag. Nee, das fällt dann aus. Das wird dann ganz anders getimt. Wir bauen uns dann einfach eine Dusche. So eine improvisierte? Ja. Ja, cool. Bin ich dafür. Und dann läuft das. Das warme Wasser. Oh, da kommt ein roder Erdroboner. Der ist bestimmt zu hoch für uns. Ja, bestimmt ist der 75 oder so. War der nicht sonst 65? Na, eigentlich war der Level 60, glaube ich. Ach so, ne, aber ich glaube, man kann halt trotzdem immer 10 Level aufrechnen. So wie sich das hier gezeigt hat. Oh, guck mal, der hat sogar einen Ring gezeigt hat. Oh, also ein richtig guter war das. Der wäre richtig gut, wenn wir das Level hätten. Ja, aber da kommen wir, glaube ich, nicht ran. Ich meine, wir wissen es nicht, aber... Nee, ich glaube nicht. Naja. Denn die Gelden werden, glaube ich, schon Level 60 haben. Ähm, jetzt hier in Scotchlars. Mhm. Keine Ausdauer. Molly, du Kleine. Ich werde aber trotzdem mal hingehen und gucken. Vielleicht haben wir ja Glück, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube es auch nicht. Es wird auch nicht der Letzte sein, der rot ist und einen Ring hat. Also von daher... Da wird es dir noch einige geben. Alles im grünen Bereich oder im roten Bereich. Taha, du bist ja lustig. Ein Schenkelklopfer. Oh, darum ist Salz. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal bei dir Salz und Schwefel holen gehen, denn wir wollen ja natürlich auch noch... Achso, hast du eigentlich auch schon Flamme von sowas gelernt und... Nee. Und Kettensäge. Nein. Warum denn nicht? Hallo? Du bist schlecht in dem Level. Ja, Sekunde. Ich habe gesagt, du sollst dich um die Waffen kümmern und Rüstung. Ja. Ey, weißt du, kaum gibt man dir einen Auftrag, vergisst du wieder alles. Aber ich hatte Farbe. Du sollst dich um die Waffen kümmern. Aber ich hatte Farbe. Ja, Farbe zählt nicht. Doch. Moment. Davon stirbt keiner. Chainsaw. Da ist sie. Was brauche ich denn die Shotgun dafür? Warum brauche ich für eine Kettensäge eine Shotgun? Na, weil ist so. Vielleicht hat die irgendwie ein Attachment, man weiß es nicht. So, die gute Chainsaw für das nächste Massaker. So, was brauchen wir denn hier? Level 70 natürlich, war klar. Was war das noch? Die, äh, was? Die Chainsaw? Flammenwerfer. Flamethrower. Dafür die Assault Rifle. Also man muss sich hier wirklich mit all dem Scheiß eindecken. Ja, siehst du, und so schnell sind die Punkte weg. Ja, sehr. Also ich hab, ich kann heute nicht mehr schreiben. Flamethrower. Flamethrower. 25 Punkte. Dann musst du ja noch dieses, den Flamethrower musst du noch lernen. Hab ich schon. Die in uns Propelant-Dings gedöhnt. Propelant. Also ich glaub, das brauchen wir auch für irgendwas. Ja, bestimmt für die, für die Ammo. Ah, da, warte mal. Ja. Mortar in person. Gut, ich guck mir das mal an. Flamethrower. Achso, den muss ich irgendwo dran lernen. Bestimmt. Schade, ein roter Erdruck umbringen. Hm. Das heißt also, wir müssen noch leveln. Ja, das müssen wir wohl. Ja. Das müssen wir wohl. Vielen Dank.